Yamaha Bolt für 2021 Willkommen bei den Motorrad News. Yamaha hat eine neue Bolt in Japan auf den Markt gebracht. Sie soll aber auch noch auf anderen Märkten angeboten werden. Bei der Bolt handelt es sich um Yamahas Interpretation eines großen V-Twin Cruisers. Ursprünglich war ein Basismodell mit Drahtspeichenrädern geplant, dies wurde allerdings wieder verworfen. Die Bolt wurde jetzt mit einem Satz Premium Leichtmetallfelgen ausgestattet, die mit einem gebürsteten Metall finisch veredelt wurden. Die Federbeine am Heck verfügen über Ausgleichsbehälter, die golden eloxiert wurden. Das Motorrad selbst kommt in der Farbgebung Gräsch-Blue Metallic mit dezenten Grafiken. Angetrieben wird die Bolt von einem luftgekühltem 941cc V-Twin mit Kraftstoffeinspritzung. Er leistet 54 PS. Die Kraft wird über ein Fünfgang-Getriebe und per Riemen an das Hinterrad übertragen. Im Allgemeinen ist die Bolt eher klassisch gestaltet und stellt den Motor mit den polierten Kühlrippen in den Mittelpunkt. Aktuell ist die Yamaha Bolt noch dem japanischen Markt vorbehalten, sie soll aber auch noch auf den internationalen Markt kommen. Danke fürs Schauen.